Heute für euch im Test die Pyroland Zubasa, eine 16 Schussbatterie im Kaliber 30 Millimeter. Die NM beträgt genau 400 Gramm und wer es noch nicht wusste, das ist eine von 16 neuen Batterien der Firma Pyroland. Sehr exklusives Design und vor allem super tolle Effekte zeichnen diese Batterieserie aus. Und jetzt wie immer viel Spaß mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.